hi leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren folge von nicht von nothing to nice sondern road to gamma doppler ja ihr seht es wieder zehn kisten das wöchentliche opening die 30 likes wieder nicht geschafft aber das ist nicht schlimm ich denke wir werden das auch bald wieder schaffen spätestens wenn hier ein redskin ist oder so dann werdet ihr gehypt sein dann werden wir schon die 30 likes bekommen und wir öffnen die ganzen zehn kisten jetzt mal schauen was wir bei rauskommen vielleicht schaffen wir heute ein ich weiß es nicht vielleicht auch noch nicht in dieser fälle aber irgendwann werden wir schon einen gamma doppler haben und nicht irgendein sondern ein gamma doppler sei es das gut knife ein hauptsache ein gamma doppler und das werdet ihr dann auch bekommen der 2 der revolver immerhin ein lila skin was jetzt kommt es kann ja jetzt noch besser werden ein nova stetrek exo immerhin mit stetrek und einsatz erprobt was haben wir jetzt in der kiste oder die wer die lecker gewesen p2000 in stetrek aber leider noch eine nova exo diesmal ohne stetrek nach der kiste ist schon wieder die hälfte geöffnet und wieder noch kein live oder kein redskin nein noch ein blauer skin die es gibt und die kisten vielleicht haben wir ja klicken ziehen hier unten was von das wäre richtig schön eine mac 10 carnivore dann komme ich halt heute als auf zuschauen weil da noch vier kisten und in der vierten letzten da war nach immerhin ein pink skin das heißt den könnt ihr gewinnen wenn ihr 30 likes erreicht in fabrik 9 und das ist doch mal was leckeres wir haben noch drei kisten vielleicht kommt noch mal irgendwas geiles mit stetrek oder redskin wir werden sehen vorerst eine pb weisen harvester und noch zwei kisten hinter vorletzten haben wir na was ist es eine tagline ice cap und in der letzten kiste denkt da wird jetzt auch noch ein blaues genau auskommen ja tatsächlich mac 10 carnivore ja immerhin der nieder der nieder der pink skin sogar den könnt ihr gewinnen wenn das video 30 likes erreicht ich hoffe euch hat das video gefallen und drückt mir die daumen vielleicht glaubt ihr beim nächsten mal an einen gamma doppel zu ziehen lasst auf jeden fall einen daumen hoch da unten kommentar bis denn ciao